Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast für kreative Transformation. Ich bin Verena König und ich freue mich von Herzen, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst zu lauschen und dass du dich ein Stückchen inspirieren, dir Gutes tun oder dich gewissermaßen weiterbilden möchtest. In dieser Folge geht es um ein Phänomen, das sehr viele Menschen kennen, und zwar um das Erleben von starken Angstgefühlen oder auch Panikattacken, Panikempfindungen. Diese Symptome gehören auch ins Traumaspektrum und ich möchte dir in dieser Folge eine Sichtweise anbieten und auch eine Inspiration für den Umgang mit Angst und Panik anbieten, die dich unter Umständen unterstützen kann auf deinem Weg. Es geht auch darum, dass häufig auf Integrations- oder Heilungswegen Angst- oder Panikattacken wieder mehr werden, phasenweise, und ich möchte dir hier eine Erklärung geben, wieso das so ist. Und nun wünsche ich dir eine angenehme und inspirierende Zeit beim Lauschen und ich freue mich sehr, dass du da bist. Los geht's! Viele Menschen, die ich schon begleiten durfte auf ihren Heilungs- oder Integrationswegen, kennen Phasen oder Momente, in denen Angst eine große Rolle spielt. Angst taucht häufig auf dem Heilungsweg immer mal wieder in Wellen auf oder ist für manche Menschen generell ein Symptom, das sie auf ihrem Weg begleitet. Wieso ist es so, dass Angst häufiger auch in heilsamen Prozessen auftaucht und was ist das eigentlich mit der Angst und was können wir tun, wenn Angst oder Panik auftauchen und wir damit konfrontiert sind? Alles, was ich dir hierzu in dieser Folge berichten werde, berichte ich dir aus der Perspektive, aus dem Blickwinkel der Traumatherapeutin. Es kann also sein, dass dir ein Mensch aus einer anderen Fachrichtung etwas anderes über Angst erzählen würde. Und alles hat seine Berechtigung. Aus dem traumatherapeutischen, psychotraumatologischen Blickwinkel betrachtet, schauen wir uns Angst gerne neurobiologisch an. Und in unserem Feld, also im Feld der Trauma-Heilung, der Trauma-Integration, gehen wir davon aus, dass Ängste und Panikempfindungen, die auftauchen, ohne dass es eine akute Veranlassung dafür gibt, tatsächlich aus alter Überlebensenergie bestehen. Also dass in unserem System, auf unserer physiologischen, körperlichen, biologischen Ebene eine Menge Überlebensstress gespeichert ist, der sich in diesen Momenten der Angst und Panik gewissermaßen wie in einem Vulkanausbruch zeigt. Ich spreche hier also von intensiven Angsterlebnissen, von starker Panik, die deutlich körperlich spürbar ist. Und ich spreche hier nicht von einem Grübeln oder sich Sorgen, das vor allem im Kopf sich abspielt und auch natürlich körperliche Komponenten hat, aber eben vor allem im Kopf stattfindet, sondern ich spreche von dieser Qualität von Angst und Panik, die höchst körperlich ist, die ein physisches Ereignis darstellt. Was meine ich mit alter Überlebensenergie? In den Momenten, in denen wir unter traumatischem Stress leiden, also in den Momenten, in denen wir in eine Situation geraten, die uns massiv überfordert, wird in unserem Körper eine Menge Energie mobilisiert. Das hast Du in diesem Podcast, wenn Du schon länger lauschst, sicherlich schon häufiger vernommen. Also Energie wird mobilisiert, die zur Lösung der Hochstresssituation gedacht ist. Traumatische Situationen zeichnen sich jedoch dadurch aus, dass diese Energie, die mobilisiert wird, nicht zur Lösung führt. Das heißt, wir können nicht fliehen, wir können nicht kämpfen, wir können uns nicht verstecken, beziehungsweise die Situation wird dadurch nicht in Wohlgefallen aufgelöst, sondern es entsteht ein Hochstressereignis, das uns überwältigt und das unsere mobilisierte Überlebensenergie ebenso überwältigt. Infolgedessen ist das so, und das ist auch wieder typisch für Trauma, dass die mobilisierte Energie nicht abgebaut wird. Dadurch entstehen Traumafolgen. Wenn nach einer potenziell traumatischen Situation die aufgebrachte, mobilisierte Überlebensenergie abgebaut werden kann, ist das ein Faktor, der Trauma verhindert. Häufig, meistens, dann, wenn es zu Trauma kommt oder zu Traumafolgen kommt, ist es jedoch so, dass eben genau das nicht passiert. Dass Menschen auf ihren mobilisierten Überlebensimpulsen und der ganzen Ladung Energie im Grunde sitzen, bleiben, sie nicht loswerden, sie nicht verarbeiten können, sondern sie im Körper einfrieren, speichern, konservieren. Man könnte sagen, dass traumatische Ereignisse, die also mit einem hohen Maß an aufgebrachter Überlebensenergie einhergehen, Spuren in unserem Nervensystem hinterlassen. In unserem Nervensystem und in unserem Körper wird die Überlebensenergie gespeichert und sie ist dann unter gewissen Umständen blitzschnell wieder reaktivierbar. Und diese Reaktivierung von gespeicherter Überlebensenergie erleben viele Menschen als Panikattacken oder starke Angstzustände. Das bedeutet wiederum andersherum ausgedrückt, dass in dem, was wir Angst oder Panik nennen, eigentlich eine Menge alter Lebenskraft gebunden ist. Die alte Fluchtenergie, die alte Kampfenergie, der alte Impuls, sich zu verstecken, also die ganze Energie des Sympathikus wird wieder aktiviert und in diesem Moment steht sie zur Verfügung, aber es gibt keine Situation gegenwärtig, wo diese Energie hinfließen könnte. Das also einmal vorweg als eine Erklärung, wie wir gerne aus der psychotraumatologischen Sicht Angst- und Panikempfindungen betrachten. Diese Angst- und Panikgefühle sind von einer Intensität, die unsere eigene Kapazität, uns selbst zu regulieren, sehr deutlich übersteigt. Das heißt, es fehlt uns im gegenwärtigen Moment in diesem Erwachsenenleben, wenn wir Angst und Panik kennen, in unserem Inneren die Kapazität, das, was wir fühlen, zu halten. Leider erleben sehr viele Menschen ja schon sehr früh in ihrem Leben traumatische Erfahrungen. Viele Kinder und viele von den hier Lauschenden sind einmal solche Kinder gewesen, sind aufgewachsen in einem Umfeld, in dem zu wenig Sicherheit, zu wenig Ko-Regulation, zu wenig Halt, Wärme und Zuverlässigkeit präsent waren. Immer dann, wenn wir früh im Leben Hochstresserfahrungen machen, und zwar über eine längere Zeit, also in einer gewissen Art und Weise das als normal erleben, hat das zur Folge, dass wir etwas sehr Wichtiges nicht entwickeln können. Ich habe es schon häufig beschrieben und nun noch einmal von einer anderen Seite. Wir haben dann nicht die Möglichkeit, unsere Selbstregulationsfähigkeit zu entwickeln. Das bedeutet, wir kommen nicht in die Lage, eine innere Kapazität zu entwickeln, um unsere eigenen Gefühle und Empfindungen zu halten. Zu halten, damit meine ich, sie zu spüren und mit ihnen da zu sein, ohne von ihnen überflutet zu werden oder von ihnen weggespült zu werden. Das bedeutet, dass eine Folge von frühem Trauma die ist, dass uns eine Entwicklungschance fehlte und wir dadurch heute mit einem gewissen Mangel an einer Fähigkeit im Leben stehen. Wir sind gefordert und eingeladen, eine Kapazität für eigene Gefühle und eigene Empfindungen zu entwickeln. Das ist natürlich nicht so leicht, wenn man nicht gelernt hat, wie man das macht, wie man mit eigenen Gefühlen umgeht, wie man mit eigenen inneren Regungen, intensiven Intensitäten umgeht. Das heißt, auch in einer solchen Kindheit, wo es an Co-Regulationen mangelte, wo die Entwicklung für eine eigene Selbstregulation nicht möglich war, in einer solchen Kindheit musste sehr viel Überlebensenergie gespeichert werden. Das heißt, wir haben die Situation einerseits eine Kapazität entwickeln zu müssen und andererseits auf einem Haufen geladener Energie zu sitzen. Und hier komme ich nochmal zu einer Krux auf Heilungswegen, nämlich dass immer dann, wenn unsere Kapazität wächst, wenn wir also Fortschritte machen, wenn wir uns selbst näher kommen, wenn wir unser Nervensystem besser regulieren, lernen, wenn wir Ressourcen entwickeln, die uns gut tun und so weiter und so fort, immer dann, wenn wir vorwärts kommen, merkt unser System, oh, hier entsteht Kapazität, dann könnte ich jetzt etwas von dieser gehaltenen, geladenen Energie loswerden. Das ist jetzt ein bisschen bildlich ausgedrückt, aber es ist eine Beobachtung, die viele Menschen auf ihrem Heilungs- und Integrationsweg kennen, dass immer dann, wenn die Kapazität steigt, Symptome auch einmal wieder zunehmen können, zum Beispiel Angst oder Panikempfindungen. Das hat auch damit zu tun, dass wir uns auf diesem Weg einfach selbst sehr viel näher kommen und dass wir mehr von uns spüren und dadurch Dinge, die unterdrückt, aber da sind, auch deutlicher werden in unserem Bewusstsein. Das bedeutet auch, dass je mehr Verkörperung wir etablieren, desto mehr kommt hoch, desto mehr wird spürbar und desto mehr sind wir in der Lage, damit umzugehen. Und darauf werde ich in einem Moment nochmal zurückkommen, wenn es darum geht, wie wir denn mit diesen Ängsten oder Panikempfindungen umgehen können, wenn sie auftauchen. Vielleicht bemerkst du, dass in diesem Zusammenhang, den ich hier gerade beschreibe, viele Themen anklingen, die in vorangegangenen Podcast-Folgen bereits besprochen wurden. Ich erinnere dich gerne an die Folge von vor zwei Wochen, Wege aus der Starre, in der ich über die chronische Freeze-Response spreche. Ich habe auch für dich ein paar Folgen in den Shownotes verlinkt, in denen ich bereits schon über Angst gesprochen habe. und natürlich klingt hier auch einiges an, was ich in den Folgen besprochen habe, die sich um Widrigkeiten auf dem Heilungsweg, um Hürden auf dem Heilungsweg und dergleichen drehen. Es ist mir so wichtig, darüber immer wieder zu sprechen, weil es so schmerzhaft sein kann und so hinderlich sein kann, wenn wir logische Dynamiken nicht erkennen und nicht verstehen. Es kann so schmerzhaft und so ungut sein, wenn wir Symptome falsch interpretieren und uns dadurch entmutigen lassen. Ich würde also an dieser Stelle noch einmal gerne sagen und betonen wollen, dass es manchmal ein gutes Zeichen sein kann, wenn Symptome wieder auftauchen. Es ist kein gutes Zeichen, wenn sie in der Intensität zunehmen und das so bleibt. Es ist aber möglicherweise ein Zeichen von tiefer Arbeit und von großer innerer Bewegung, wenn Symptome kurzzeitig stärker werden und aber sich auch nach und nach dann anders anfühlen. Nun also zu der Frage, was können wir tun, wenn das passiert, wenn auf unserem Weg Angst und Panik eine Rolle spielen, wieder auftauchen oder sich kurzzeitig intensivieren. Super, super wichtig ist, dass wir in diesen Momenten darauf reagieren, dass wir also nicht versuchen, das wieder wegzudrängen oder drüber zu gehen, oder uns zu betäuben und sonstige Kompensationsstrategien anzuwenden. Wenn Angst da ist, wenn unser Körper in panische Zustände gerät, dann bedeutet es, dass wir Arbeit zu tun haben. Die Arbeit an solchen Phänomenen, die Arbeit an unseren Traumafolgen ist sozusagen ein Lebensstil. Wenn wir unter Traumafolgen leiden, dann fordert unser Körper und unser Inneres von uns, dass wir uns darum kümmern und dass wir ein Leben führen, indem wir damit umgehen. Es ist nicht zu empfehlen, ein Leben zu führen, indem wir so tun, als wäre das nicht so. Denn dann müssen wir dauerhaft und ständig und mit viel Kraft kompensieren und versperren den Weg für Veränderung und Verbesserung. Diese Arbeit zu tun bedeutet, dass wir in einer wohlwollenden und zugewandten und achtsamen Haltung mit uns selbst sind und das üben und so gesehen davon ableiten, was wir brauchen. Konkrete Beispiele dafür könnten sein, dass wir, wenn wir selbst ein Nervensystem haben, das noch Traumaspuren trägt, unter Umständen mehr Pausen brauchen, als vielleicht unsere super leistungsfähige Partnerin oder Kolleginnen oder Kollegen. Und für uns ist es dann wichtig, dass wir unserem Nervensystem gerecht werden und dass wir möglichst viel von dem tun, was uns hilft, in Balance zu sein oder in Balance zu kommen und dass wir möglichst wenig von dem tun, das uns da raushaut. Das bedeutet, ein gewisses Maß an Selbstfürsorge und Selbstverantwortung ist hier ganz, ganz wichtig und auch eine gewisse Disziplin in der Achtsamkeit für uns selbst. Es kann bedeuten, dass wir manchmal ein Fest, eine Feier früher verlassen, als wir vielleicht Lust hätten. Aber wir spüren, dass unser System angestrengt ist und dass sich Spannung aufbaut und dann ist der Zeitpunkt zu gehen. Um nur einmal zwei Beispiele aus dem bunten Leben zu nehmen. Also wie geht es, diese Arbeit zu machen? Ich möchte dir gerne eine ganz konkrete Inspiration an die Hand geben, die Teil auch von traumatherapeutischen und traumasensiblen Prozessen ist. Es geht ja, wie schon beschrieben an anderer Stelle in dieser Folge, nicht darum, das, was da ist, loszuwerden. Die Angst, die Panik loszuwerden. Denn das ist gar nicht möglich. Wir können nicht loswerden, was in unserem Nervensystem als Spur gespeichert ist, sondern wir müssen damit umgehen, wir müssen damit arbeiten, wir müssen es integrieren und das ist dann die nachhaltige Form des Loswerdens. Also geht es darum, unterm Strich Kapazität zu bilden, die wir früher nicht bilden konnten. Es geht darum, Selbstregulation zu lernen, die wir früher nicht lernen konnten. Kapazität ist ein Wort, das im Englischen mit Containment übersetzt wird und darüber habe ich auch schon in anderen Folgen gesprochen. Das ausdrückt, wie vorhin schon beschrieben, dass wir in der Lage sind, Halt zu geben für unsere eigenen Empfindungen und Gefühle und Emotionen und zwar ohne, dass sie uns überfluten. Jetzt gebe ich dir also einen konkreten, kleinen Inspirationsablauf, wie du Kapazität bilden kannst. Um Kapazität zu bilden, ist es wichtig, dass wir unseren Körper, also unser Nervensystem, kennenlernen. Und was hier sehr, sehr elementar ist, ist, dass wir unseren Körper kennenlernen, wenn er in einem, ich nenne es mal, guten Zustand ist. Wenn es ihm also gut geht. Wenn es Momente gibt, in denen du dich wohlfühlst, dann ist dein Körper in diesem Moment in dem ihm möglichst regulierten Zustand. Es ist wichtig, dass du dir dessen bewusst wirst, also dass du ein Gefühl dafür bekommst, wie fühlt sich dein Körper an, wenn er möglichst entspannt ist. Wenn unser Körper entspannt ist, wenn unser Nervensystem in Balance ist, und ich sage jetzt hier einmal weitestgehend in Balance, weil ja für viele Menschen, die Traumafolgen tragen, das gar nicht möglich ist, in einem wirklich balancierten Zustand zu sein, aber es gibt doch Unterschiede zwischen ganz aus der Balance und mehr in der Balance. Also, wenn dein Körper in einem möglichst entspannten, regulierten Zustand ist, dann ist er maximal, also deinen Möglichkeiten entsprechend maximal in einer Expansion, also maximal weit, maximal ausgedehnt, mit maximalem Raum im Inneren. Unser Nervensystem neigt unter Stress dazu, sich stark zu kontrahieren, also zusammenzuziehen. Und regulierte Zustände sind Zustände, die wir als Zustände der Expansion beschreiben können. Das heißt, je entspannter wir sind, desto mehr befindet sich unser Nervensystem in der Expansion, in der Weite, in der Offenheit und eben auch in einer höheren, größeren Kapazität. Es ist wichtig, dass du diesen Zustand erkennst, dass du ihn spüren lernst, dass du sensibel dafür wirst, wie du dich dann fühlst. Denn nur wenn du das im Bewusstsein hast, weißt du, wohin du steuern kannst, wenn Angst oder Panik aufkommen. Wenn du weißt, wie sich Expansion anfühlt, dann wird es leichter, deinem Nervensystem zu helfen, nicht automatisch in die Kontraktion zu gehen. Es ist also meine Einladung, dass du dir Zeit nimmst, einmal in deiner Fantasie, in deiner Erinnerung spazieren zu gehen und dich zu fragen, in welchen Momenten du dich wohl gefühlt hast. Und dann könntest du schon in deiner Erinnerung nachspüren, wie fühlst du dich in solchen Momenten? Wie fühltest du dich damals? Und zukünftig kannst du dann immer einmal wieder, wenn du dich wohlfühlst, das ganz bewusst wahrnehmen und auch niederschreiben, wie sich das anfühlt. Wie fühlt es sich in deinem Oberkörper an? Wie ist dein Atem? Wie fühlen sich deine Beine, wenn du entspannt bist? Was nimmst du in deinen Armen wahr? Wie nimmst du deine Umgebung wahr? Was ist deine Stimmung? Welche Gefühle sind da? Welche Emotionen sind da? Wie ist die Qualität deiner Gedanken? Also ich lade dich ein, diesen Zustand, der sich gut anfühlt, bewusst wahrzunehmen, ihn zu analysieren und ihn dir ganz, ganz bewusst zu machen, damit er dir vertrauter wird. Im nächsten Schritt oder parallel dazu könntest du dir bewusst machen, wie sich dein Körper anfühlt, wenn er aktiviert wird. Also wenn es beispielsweise kleine Stressoren gibt, die gar nicht unbedingt besonders anstrengend sein müssen im Sinne von emotionaler Anstrengung. Wenn du beispielsweise Treppen steigst oder wenn du Aufgaben zu bewältigen hast, dass die dich ein klein wenig fordern und die dementsprechend ein gewisses Maß an Energie mobilisieren. Wie fühlst du dich dann? Wie nimmst du es wahr? Was erlebst du, wenn du wahrnimmst, dass deine Herzfrequenz steigt, dass deine Körperspannung ein wenig hoch geht, dass deine Atemfrequenz steigt? Es geht hierbei also darum, deinen körperlichen Zustand bewusst zu machen und zu erforschen und kennenzulernen, der dann entsteht, wenn Energie mobilisiert wird. Jenseits der Angst, jenseits der Panik, aber wenn schlicht und ergreifend dein Sympathikus aktiviert wird und Energie mobilisiert wird. Und da lade ich dich ein, in diesen Momenten einmal bewusst zu pausieren und die Intensität zu spüren. Was passiert innerlich? Was passiert körperlich? Spüre deinen Körper, den Herzschlag, die Temperatur, die Atemfrequenz, alles, was ich aufgezählt habe und beobachte deine Emotionen und deine Gedanken dabei. Hier geht es also darum, die Aktivierung kennenzulernen und dabei zu bleiben, also zu üben, in deinem Körper zu sein und zu spüren, was passiert, während du in der Umgebung, in der du bist, verankert bist und mit ihr verbunden bleibst, also präsent bleibst. Das bedeutet also, es geht darum zu lernen, wie sich dein Körper jenseits der Überwältigung anfühlt, wenn jedoch Aktivierung da ist. Das ist die Inspiration, die ich dir geben möchte und die wirklich dann auch mit Übung zur Veränderung führen kann. Je mehr du deinen Körper kennst und weißt, wie er sich anfühlt, wenn es ihm gut geht, desto mehr kannst du dorthin steuern, dich dorthin orientieren. Je besser du deinen Körper kennst, wenn er in Aktivität und in der Mobilisierung von Lebensenergie ist, desto besser kannst du dafür bereits Kapazität bilden und desto leichter wird es dir fallen, auch präsent zu bleiben, im Hier und Jetzt zu bleiben, im Raum zu bleiben, in der Umgebung zu bleiben, mit deinem Körper verbunden zu bleiben, wenn die Intensität hoch ist. Also nochmal zusammengefasst, es geht hier darum, Kapazität zu bilden und das zu üben. Und ich habe dir hier jetzt eine Möglichkeit aufgezeigt, wie du das alleine für dich üben kannst. Diese Übungsmöglichkeit ist niedrigschwellig. Es geht dabei nicht um Inhalte, die dich stressen. Es geht dabei nicht um hohe Intensitäten, sondern es geht um eine ungefährliche Möglichkeit, Kapazität zu trainieren, die dir dann helfen wird, auch höhere Intensitäten durchzulassen, zuzulassen und dadurch zu integrieren. Wenn du konkret mit hohem Stress arbeiten möchtest, wenn du bearbeiten und verarbeiten möchtest, was geschehen ist, dann eignet sich diese Methode nicht, sondern dann ist es wichtig, dass du traumasensible oder traumatherapeutisch geschulte Menschen an deiner Seite hast, die dich durch solche Momente begleiten. Es ist also nochmal wichtig, sich zum Schluss zu differenzieren, dass Kapazität zu bilden gut auch alleine möglich ist, aber dass das sich auseinandersetzen mit hochintensiven Gefühlen besser mit Begleitung stattfindet. Denn je weniger Korregulation du selbst in deiner frühen Kindheit erfahren hast, desto weniger konntest du die Kapazität ausbilden, dich selbst zu halten. Und dann ist es wichtig, erstmal auch mit einem korregulierenden Menschen an deiner Seite Schritt für Schritt voranzugehen. Nun zum Schluss noch einmal kurz zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Angst und Panik sind häufig alte, mobilisierte Überlebensenergie, die noch nicht integriert wurde. Angst- und Panikzustände bestehen häufig aus der Reaktivierung, der plötzlichen Aktivierung, Reaktivierung dieser alten Überlebensenergie. Deswegen ist es unsere Aufgabe, zu lernen, wie wir dieser alten, mobilisierten Überlebensenergie begegnen können. Und die Art und Weise ihr zu begegnen, ist die Kapazität zu bilden, um sie zu spüren, sie zu halten und nicht von ihr weggespült zu werden, uns also selbst regulieren zu lernen, denn dann in diesem Moment, wo wir hohe Intensität spüren und nicht davon weggespült werden, wird ein Teil dieser Energie integriert. Und das ist die nachhaltige Art des Loswerdens, das ist der Weg, den wir gehen wollen, wenn wir nachhaltig heilen wollen und wenn wir ein Nervensystem kreieren wollen, ein Nervensystem umbauen wollen aus chronischen Stressreaktionen und alten Überlebensmustern hinein in weite Kapazität, Lebensfreude, Lebensgenuss und authentischem Dasein, Selbstsein, Du-Selbst-Sein im Hier und Jetzt. Ich lade Dich nochmals ein, Dir die Shownotes anzuschauen und die Folgen zu hören, die vertiefend sind, weiterführend sind oder auch noch ergänzend sind und ich danke Dir sehr für Dein Lauschen und ich wünsche Dir wertvolle und wohltuende Ergebnisse auf Deinem Weg mit dieser Inspiration, die ich heute mit Dir geteilt habe. Ich hoffe von Herzen, dass Du etwas Wertvolles für Dich aus dieser Folge mitnehmen konntest, das Dir dient auf Deinem Weg oder auch beim Begleiten anderer. Wenn dem so sein sollte, dann freue ich mich, wenn Du es weitersagst und wenn Du diesen Podcast empfiehlst, wenn Du das, was Du für Dich mitgenommen hast, mit anderen teilst und es ins Leben bringst. Ich lade Dich auch von Herzen ein, Dich zu meinem kostenlosen Newsletter einzutragen, denn in nächster Zeit stehen einige schöne Dinge an und wenn Du meinen wöchentlichen Newsletter bekommst, dann entgeht Dir einfach nichts. Ich hoffe, Du bist schon eifrig dabei bei unserem Achtsamkeits-Adventskalender in diesem Jahr und hast das schon genossen und ich lade Dich auch ein, ja, Dein E-Mail-Postfach im Blick zu halten, denn wir haben auch wieder ein paar schöne Dinge Anfang des Jahres für Dich vorbereitet. Schau gerne auch immer mal wieder auf meiner Webseite vorbei, dort findest Du all meine Angebote, sowohl meine Kurse und Weiterbildung als auch eine große Schatztruhe an kostenlosen Möglichkeiten, Dir was Gutes zu tun. Ich freue mich, wenn Du nächste Woche wieder dabei bist und ich danke Dir für Deine Zeit hier zu lauschen. Alles Liebe für Dich und bis bald. Tschüss.